Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneusten Filmkritik hier beim TeleStammtisch. Heute sitzen wir ja nicht unbedingt in der Runde, denn wir haben da durchaus ein paar Kilometer, die uns trennen. Nichtsdestotrotz habe ich mir heute einen Filmexperten geschnappt, mit dem ich ja über einen Film quatschen möchte, der jetzt ganz bald in die deutschen Kinos kommt. Und es ist jemand, den ihr bereits von unserer Besprechung von Lady Bird kennt. Moin Phil. Moin Moin, ich grüße dich, hi. Na, was gibt's Neues? Ah, ne Menge, was willst du ja hören, Mensch? Hoi, hoi, hoi. Ich meine, das letzte Mal, ich habe gerade nachgeguckt, es ist ein halbes Jahr her, dass wir mit man da geschnackt haben. Da hat sich die Welt ganz schön weiter gedreht. Aber du willst wahrscheinlich wissen, was auf Nerdtalk so alles passiert ist, oder? Ja, sicher. Du kannst mir aber erzählen, was du zum Frühstück hattest. Ich bin ja ganz entspannt. Ja, das wird relativ unspektakulär. Ich bin ja kein Frühstücker. Ich esse weder morgens noch mittags. Dafür wird abends dann immer richtig fett gegessen. Ich weiß nicht. Ich habe erfahren, das ist so dänischer Stil. Naja, passt dann aber auch immer ganz gut. Dann kann man vor dem Kino noch mal ein bisschen was essen und dann immer vollgefressen ins Kino gehen. Auf Nerdtalk gibt's natürlich super viele Filme, die wir so gesehen haben. Das Größte aber tatsächlich, was jetzt, ja, wieder sozusagen mit Leben gefüllt ist. Es war mal so, dass gerade so zu Anfang des Sommers ich beziehungsweise Nerdtalk in so eine kleine, ja, fast schon Glaubenskrise reingefallen sind. So von wegen, wir haben ja dieses Besuchertippspiel, wo man so Besucherzahlen tippen kann, wie viele Besucher gehen am Startwochenende in so einen Film hinein. Und dann kann man das tippen. Das alles läuft über 13 Wochen. Und dann, wer am Ende der 13 Wochen halt über diese 13 Wochen am besten getippt hat, der kriegt halt Preise und so etwas. Und genau das war das Problem zum Schluss. Wir hatten keine Preise mehr. Und irgendwie dann tatsächlich ist Nerdtalk ja auch ein Hobbyprojekt. Das heißt, da kamen jetzt auch nicht so viele Spenden oder sowas rein. Und dann standen wir da und haben so gesagt, hm, also irgendwie, wir können das Gewinnspiel nicht weiterführen. Und dann hatte ich so die Frage mal so geäußert, Mensch, warum macht ihr eigentlich mit? Was können wir verbessern? Und ich habe jetzt mit richtig viel Kritik gerechnet und weiß ich nicht alles. Und alle Responses waren dann eigentlich, boah, also scheiß auf die Gewinne. Ja, es macht super viel Spaß, bei diesem Besuchertippspiel teilzunehmen. Das gibt es so nirgendwo anders. Wir haben richtig Bock dazu. Und wann fängt die neue Runde an? Wir wollen weitermachen. Und das war natürlich dann schon ziemlich geil und war dann sehr erfreulich, das alles so mitzubekommen. Und so ist jetzt gerade vor kurzem nach langer Pause das Besuchertippspiel mal wieder gestartet. Ja. Und das ist etwas, was dann tatsächlich uns ziemlich freut. Und ansonsten sind in der Zwischenzeit noch zwei, drei Sendungen der Nerdtalk Extended entstanden. Das sind ja immer so Blicke über den Tellerrand hinweg. Auch weniger, als wir so gedacht haben. Und ansonsten gibt es jede Woche, jede zwei Wochen neue Sendungen. Also von daher, wir bleiben so weiter in unserem Flow, den wir so haben. Es ist ja immer auch mega zeitintensiv sowas alles. Ich meine, ihr macht das ja, wie du selbst sagst, hobbymäßig. Das heißt, da kommt für euch finanziell nichts bei rum. Und die Zeit, die muss man sich immer irgendwie auch freischaufeln. Da ist es cool, dass ihr am Ball bleibt, finde ich. Also ich denke, viele Projekte gehen deshalb kaputt, weil man irgendwann merkt, dass der Alltag mit dem Hobby da ein bisschen in Zwist gerät. Und ich persönlich finde es voll cool, dass ihr da am Ball bleibt. Ja, dankeschön. Dankeschön. Also das ist auch wirklich nicht ganz einfach. Ich meine, wir sind jetzt elf Jahre da irgendwo an diesem Podcast machen. Und da gibt es schwierige Zeiten, aber dann gibt es eben genau solche Responses, wie gerade eben erzählt beim Besuchertippspiel, wo dann einfach so kommt, hey, wir machen das gerne und das muss nicht perfekt sein, sondern es macht einfach Spaß. Und das ist natürlich etwas, was unfassbar kickt. Und das kennst du bestimmt auch, wenn da positives Feedback kommt. Das hebt über so manche Probleme, die man dann im Alltag oder sowas hat, dann tatsächlich hinweg. Ja, das Feedback ist der Lohn des kleinen Podcasters. Das ist auf jeden Fall. Ganz genau. Ganz kurz, ihr hattet beim letzten Mal von einem halben Jahr sowas erzählt, ihr hattet euch irgendwie neu zusammengesetzt. Jemand war wiedergekehrt. Hat sich diese Zusammensetzung jetzt gefestigt? Ja, auf jeden Fall. Genauso wie das jetzt letztes Mal auch war. Da war das ja so, dass der Lars als Filmstudent ausgestiegen ist und dafür dann Andi wiederkam, den man ja von einigen Jahren schon aus Nerdtalk kennt und komplett hinzu kam, Micha. Auch so ein Filmfreak in der ersten Sendung. Mit ihm haben wir dann auch erfahren, dass er in der Videothek gearbeitet hat und so etwas. Also auch echt filmerisch unterwegs. Und wir haben uns jetzt alle so ein bisschen festgerubbt. Und Micha hat auch so fast schon so eine kantige Rolle eingenommen wie Lars. Also wenn Micha den Udo Lindenberg rausholt oder dann tatsächlich den typischen Wutbürger auch mal raushängen lässt, dann macht das echt Spaß, ihm zuzuhören. Auf der anderen Seite hat er echt einen guten Filmüberblick. Also wir haben uns da festgerubbt und das ist jetzt auch eine schöne Kombo geworden, die sich schön die Bälle zuspielt. Also hat sich etabliert zum Glück. Sehr schön. Das freut mich zu hören. Jawohl. Und du hattest die Tage auf Twitter geschrieben, dass du einen Film gesehen hast, über den wir heute sprechen wollen. Der eine oder andere hat schon mal in den Titel geschaut und weiß, dass es heute um der Vorname geht, der am 18. Oktober diesen Jahres seinen Deutschlandstart hat, irgendwie was zwischen Drama und Comedy ist und eine Altersvergabe ab sechs Jahren hat. Geht 91 Minuten, wenn man Wikipedia vertrauen darf. Wie sieht es aus? Wo hast du den gesehen? Ich hatte die Möglichkeit, den in einer Pressevorführung zu sehen. Also es ist ja immer so, dass Filme im Vorhinein der Presse dann bereitgestellt werden und man dann entsprechend dorthin gehen kann. Und wir von Nerdtalk sind da eben in allen größeren Presseverteilern drin. Und da war jetzt vor kurzem eine Pressevorführung in Berlin und das passte zeitlich und ich wollte den Film sowieso sehen, sei es regulär oder in der PV. Und dann habe ich ihn mir halt in der Pressevorführung angeschaut. Sehr schön. Wunderbar. Auch an euch da draußen, wenn ihr jetzt vielleicht nicht unbedingt gerade bei einer Pressevorführung dabei seid, aber wenn ihr meinetwegen in einer Sneak-Preview oder bei anderen Preview-Veranstaltungen am Start seid, dann schreibt mich doch mal an. Vielleicht ergibt sich was und wir können hier auch gemeinsam über Filme sprechen. Das wäre total geil. Ja und dann nehme heute der Vorname. Ein Film, den ich jetzt auch schon vor ein paar Wochen gesehen habe. Ich habe mir da elternzeitbedingt einige Filme letztendlich anschauen können. Und da muss ich sagen, war ich von der Vorname doch wirklich ganz angetan. Wie so erstmal so im Bauch raus. In welche Richtung strebst du denn da in deiner Gesamtbewertung? In der Gesamtbewertung? Also durchaus positiv. Wirklich positiv. Was vielleicht man, also gerade so der typische Mensch da draußen, der den Filmmarkt so ein bisschen beobachtet, der sagt, na ein deutscher Film, Sönke Wortmann steckt dahinter. Aber in den Hauptrollen, gerade Christoph Maria Herbst, vielleicht jetzt nicht gerade so ein Qualitätsfaktor, nicht zwingend, zumindest. Florian David Fitz, Caroline Peters, also irgendwie so eine Janina Use, Justus von Donani. Oh, den kennen wir ja auch aus ganz vielen Komödien. Aber es sind alles so deutsche Komödien und man ist dann da eher schnell im Verurteilen dieses Films. Aber ich fand den Plot sehr interessant. Und da habe ich von vornherein gesagt, okay, dem Film gibt es mal eine Chance. Und es hat sich gelohnt. Und es ist ja auch ein Film, der in dieser Form eigentlich schon existiert. Nämlich genau genommen basiert ja eine Neuverfilmung auf einem gleichnamigen französischen Film. Namens Lipronom. Und der wiederum ist basiert auf einem Theaterstück, das wohl schon sehr ähnlich ist. Wer den Trailer kennt, der weiß, und da können wir vielleicht auch gleich zur Handlung mal überleiten, dass es hier um diesen besagten Vornamen geht. Es gibt ja offensichtlich verschiedene Personen, die sitzen alle im Kreise oder in einem Haus. Wir haben hier also ein Kammerspiel. Und offensichtlich will jemand sein Kind Adolf nennen. Das verrät der Trailer schon und es eskaliert ganz schlimm. Das ist auch mit so der entscheidendste, also einer der entscheidenden Unterschiede zum französischen Original, das ich selbst nicht kenne. Aber da geht es wohl um einen anderen Adolf, Adolphe irgendwas. Ich weiß nicht genau. Und hier eben jetzt in der deutschen Neuverfilmung ganz offensichtlich um eine Anspielung auf diesen Namen Adolf Hitler. Und ja, da sollten wir auf jeden Fall die Story jetzt mal so ein bisschen auseinandernehmen, die sich ja im Wesentlichen ja eben auch um diesen, einfach um diesen Vornamen spinnt. Wir haben hier die bereits von dir genannten Christoph Maria Herbst. Der spielt den Stefan und der lebt zusammen mit seiner Ehefrau Elisabeth. Die wird wiederum gespielt von... Caroline Peters. Dankeschön. Und die beiden sind einfach gut bürgerlich. Er ist Literaturprofessor, er ist sehr gebildet, er ist wortgewandt, er ist rhetorisch definitiv einfach gebildet, er kann sich gut äußern, er hat verschiedene Facetten, die wir im Laufe des Films kennenlernen. Und er ist auf jeden Fall auch ein Sparfuchs. Und er lebt da mit seiner Frau zusammen in seinem wirklich wunderschönen, gut eingerichteten, buchreichen Haushalt. Und da gibt es eben noch seine Ehefrau. Und die Ehefrau, das ist so eine... Was macht die eigentlich? Die ist nicht Hausfrau, ne? Die ist Lehrerin. Die ist Lehrerin, ganz genau. Die ist Lehrerin und geht da als Deutschlehrerin auch richtig auf in ihrem Beruf und ist ganz stolz darauf, dass sie gerade bei den Jugendlichen eine vermittelnde Wirkung einnimmt. Sehr gut. Dann haben wir noch den Florian David Fitz, der spielt den Thomas. Jetzt lass mich mal kurz überlegen, weil es schon ein bisschen her ist. Ah ja, genau. Er ist der Bruder von der Ehefrau, ne? Äh, ja. Genau. Er ist neureich. Also wir wissen, er hat keinen größeren Abschluss gemacht, hat es aber geschafft, ja, mit viel Geschick wahrscheinlich da viel Geld im Immobilienbereich zu machen. Und das ist derjenige, der jetzt eben hier Vater wird und da sein Kind anscheinend Adolf nennen will. Ähm, zu ihm gehört noch eine Frau, die wir, also die Mutter quasi des Kindes, die lernen wir später im Film kennen, gespielt von Janina Use, die hat bestimmt auch einen Namen. Anna, genau, die Anna. Anna ist Schauspielerin und, ähm, sehr modern auch in ihrer Wortwahl, also auch rhetorisch, äh, eher so sehr up-to-date, würde ich sagen. Ja. Ja. Ähm, wen haben wir noch? Äh, wir haben noch Justus von Donani, der spielt in René und, äh, René ist ein guter Freund sozusagen von dieser gesamten, von diesem ganzen Konglomerat sozusagen. Ähm, und, äh, ja, die alle treffen sich dann eben an diesem Abend, um eigentlich einen schönen Abend miteinander zu verbringen und dann, wie du schon sagtest, kam, kommt irgendwann, ähm, äh, Thomas, gespielt von Florian David Fitz, um die Ecke und sagt, hey, also wir hier, ja, wir wissen jetzt das Geschlecht und wir wissen auch einen Namen. So, das heißt, der Abend war ja noch nicht mal geplant irgendwie, dass, dass dann eine Diskussion darüber entspinnt, dass, dass ein, ähm, dass ein Kind Adolf genannt werden soll, sondern es ergibt sich so, ja, und dann eskaliert der gesamte Abend. Ich würde auch insgesamt sagen, es ist eher so ein Streitfilm. Also das Thema des Films selbst ist eigentlich, der Vorname ist eigentlich nur der Aufhänger für die ganze Geschichte, denn das kann man sich vielleicht so ein bisschen dann denken. Also es gibt, es werden verschiedene Streits einfach geführt und dafür werden natürlich eben auch Eitelkeiten hervorgekehrt, die die einzelnen Charaktere mitbringen, ähm, auch alte Geschichten aus der Vergangenheit, die schon immer irgendwie vor sich hin schmoren und jetzt mal endlich aber auf den Tisch gebracht werden müssen. Und natürlich so Sachen, die man halt eher so unter vorgehaltener Hand gegenüber seinem Partner vielleicht über die dritten Anwesenden sagen würde, aber auf gar keinen Fall in deren Gesicht, ja, auch Sachen, die dann teilweise im Trailer schon gesagt werden. Und, ähm, das finde ich, ist dann, ist dann, also es werden ganz viele Streitthemen einfach durcheskaliert in diesem Film, der ja eigentlich nur als ein gemütliches Abendessen beginnt. Ja, also ich hab, äh, auch so, äh, direkt nach dem Film getwittert, das ist das, äh, deutsche Gott des Gemetzels. Das ist ja auch ein Film, äh, aus Hollywood, den wir kennen, warte mal, Kate Whitson spielte da mit, ähm, ähm, ja, und, äh, Christoph Waltz spielt mit, ähm, 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 und ein paar andere. Und auch das ist ein Kammerspiel, da geht's ja dann darum, dass das eigentlich alles damit anfängt, dass sich zwei Eltern, Paare zusammenfinden und darüber diskutieren, weil der eine Sohn dem anderen Sohn oder das eine Kind dem anderen Kind, glaub ich, einfach einen Schock gegen den Kopf geschlagen hat. Und dann wollten die das eigentlich nur erwachsen ein bisschen ausdiskutieren. Und da ist dann eine ähnliche Dynamik drin. Also wer Gott des Gemetzels kennt, wird dann auch, ähm, den, den Stil von, ähm, der Vorname definitiv dann, äh, ja, einordnen können. Weil in beiden Filmen geht's eben darum, genau wie du schon sagtest, es werden auf einmal Abgründe aufgetan. Und was ich sehr geil finde, auch, ähm, auch bei beiden Filmen, aber eben auch damit bei der Vorname, es gibt eben nicht die eine Sicht. Und es gibt auch nicht die eine Partei, die eine Person einnimmt, sondern je nachdem, welche Situation das ist, ähm, wanken die, die, ähm, Sichtweisen und auch die Parteien hin und her. So kann's mal sein, dass, äh, Christoph Maria Herbst und Caroline Peters, die, die ja das Ehepaar spielen, das gebildete Ehepaar, äh, gemeinsam argumentieren. Aber zehn Minuten später ein ganz anderer Aspekt ist und er ihr auf einmal komplett widerspricht und so etwas. Und diese krasse Dynamik, die sich dann dort, ähm, entwickelt und, äh, ja, im Grunde für die Anwesenden sehr unangenehm ist, ist für uns als Zuschauer natürlich einerseits amüsant wie verrückt, ein bisschen spannend, weil du nicht weißt, wie geht das jetzt weiter? Aber insbesondere finde ich, gerade dadurch, dass diese ganzen Abgründe aufkommen, auch unfassbar entlarvend. Also gerade Christoph Maria Herbst als der gebildete, äh, Professor, der sich als so wortgewandt hält und das auch gerne raushängen lässt und so etwas, ähm, und, und, und da eine ganz klassische Meinung hat und so etwas. Der, bei dem, der, 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 der windet, je länger der Film geht, desto mehr windet der seinen Kopf ja irgendwo raus und wird mit seiner eigenen Spießigkeit quasi konfrontiert. Und das ist natürlich sehr schön, sich das anzugucken. Das stimmt aber wirklich, weil wir tatsächlich dann eben auch, wie du siehst, du hast das Thema Dynamik angesprochen, ähm, die Kunst ist es ja ein Stück weit bei so einem Film, der sich dann ja über anderthalb Stunden dann doch zieht, ähm, den Aufhänger nicht zum eigentlichen Hauptthema des Films zu machen, denn das kann schnell langweilig werden. Ähm, dadurch, dass die verschiedenen Charaktere auch verschiedene neue Facetten mitbringen und immer wieder, ähm, neue Sachen, wir so neue Sachen über die kennenlernen. Ähm, beispielsweise dieser René, den wir jetzt eher so als einen zurückhaltenden, ähm, gut gepflegten, ähm, Mann kennenlernen, der, der im Orchester spielt und der, äh, zwischenzeitlich, ähm, auf homosexuell gehalten wird von den anderen Anwesenden, ähm, was der teilweise für eine düstere, dreckige Lache hat, finde ich ganz toll. Also wir lernen im Film ganz viele neue Facetten der einzelnen Charaktere kennen und das, finde ich, gibt dem Film wirklich sehr viel und das ist auch eine Kunst, das, äh, zum richtigen Zeitpunkt mit in den Film einzustreuen, um das eben nicht zu langweilig werden zu lassen. Ja, und, ähm, es, es ist halt, der, der Film ist, äh, ich nenne es mal organisch, also man merkt diesem Film jetzt nicht an, dass er aus einem Drehbuch oder einem Theaterstück stammt, sondern er ist wirklich diese, diese Eskalation und diesen Streit, den wir da miterleben von fünf erwachsenen Personen mit ganz verschiedenen Hintergründen, wir haben, wie gesagt, sehr gebildete Leute, wir haben weniger gebildete Leute, aber dafür reichere Leute, wir haben eben den, äh, Justus von Donani, der irgendwo eigentlich ganz soft und weich erscheint, aber dann doch eine harte Dings, also, äh, ganz verschiedene Charaktere, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ah ja, ganz genau, ähm, und, 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 es ist ein ganz kleiner Anlass und dann, wie gesagt, die, die Themen, das wirkt nicht so, dass das, ähm, jetzt konstruiert dahin geleitet wird, sondern es passiert einfach, die gesamten 91 Minuten sind fast in Realzeit erzählt und es ist wirklich, ähm, nichts, wo du sagst, ja, das ist jetzt aber, hoch, Leute, da habt ihr euch jetzt aber echt einen Ast abgebrochen, um dieses Thema jetzt auch noch reinzuschmeißen oder so etwas, oder, naja, hm, jetzt müsst ihr mal, jetzt sind zehn Minuten um, jetzt müsst ihr mal ein anderes Thema ansprechen, merken wir diesen Bruch? Nee, das ist so organisch, das ist so flüssig, dass das, äh, ja, sehr real erscheint und das macht die Sache natürlich dann noch umso unterhaltsamer, dass man eben meint, dort einer, einer, und auch dem Film glaubt, einer, äh, realen, äh, Diskussion sozusagen beiwohnen zu dürfen. Und gerade deshalb, finde ich, muss man auch irgendwie den Trailer nochmal besonders positiv hervorheben. Hast du den gesehen gehabt vorab? Äh, ja, aber ich habe ihn tatsächlich jetzt spontan nicht vor Augen, um ehrlich zu sein. Ich habe ihn mir gerade eben nochmal extra angeguckt und ich finde... Ja, Vorbereitung ist alles. Du... Meine Zuhörer wissen, dass ich gerade ein bisschen sehr viel Zeit habe, da kann ich mir auch schon mal so einen Trailer reinballern. Ähm, der hat bei mir natürlich Erwartungen geweckt, ja, also ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber doch, ich weiß, wie es dir geht. Wir haben beide in unserem Leben schon einige Filme gesehen und das heißt also, wir haben hier so Filme gucken, dann erwarten wir ein paar Sachen, wir erwarten ein paar Handlungsverläufe, ähm, und sind überrascht, wenn die eben nicht eintreffen. Und ich kann so viel sagen, der Trailer ist wirklich gut geschnitten, weil er, wenn, also wenn, wenn man das so, wie man das aus Plump-in-Action-Filmen teilweise kennt und dann den ganzen Film zusammen, äh, sich zusammen reimen kann, das ist hier aufgrund des Trailers wirklich nicht möglich. Also er führt teilweise in falsche Richtungen, er führt da, er legt da Pfade, die auf jeden Fall nicht bestritten werden oder ganz anders dann im Endeffekt dargestellt werden. Das finde ich ganz, ganz toll und möchte an dieser Stelle auf jeden Fall mal positiv erwähnen. Ja, definitiv, der Trailer macht, äh, also er zeigt meines Erachtens gut die, die, die Stimmung des Films, ja. Er zeigt aber auch diesen Witz mit drin, weil natürlich irgendwo auch wir fangen so ein bisschen an zu kichern, wenn ein Kind, ähm, Adolf genannt werden soll. Ähm, aber ich stimme dir vollkommen zu, ähm, er führt auf falsche Fährten und er erzählt auch keinen weiteren Ansatz der Geschichte, sodass im Grunde du in diesen Film reingehst und die, die, du dann vor diesen Wendungen sehr überrascht bist an bestimmten Stellen, ähm, wie sich das weiterentwickelt. Und, ähm, ich fand das sehr schön, dann ganz zum Schluss, ähm, wo dann, äh, wie heißt er nochmal, ähm, 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 hier, Florian David Fitz, also, ähm, der Thomas, der den Vater spielt, der den Namen Adolf erst ins, ins, ins Rennen bringt, der sitzt dann da in einer Szene echt recht bekümmert und sagt diesen Satz, ich wollte doch nur, ach nee, Quatsch, Fark ist es, nein, das wäre Spoiler gewesen. Oh, 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 gut, dass ich, gut, 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 dass ich mir, nein, sorry, aber da gibt es diese eine Szene, wo er da so sehr bekümmert sitzt und, ähm, da merkt man einfach so, was für eine krasse Dynamik Menschen und Emotionen annehmen können. Ähm, und das, das, das ist einfach, das, das fasst diesen Film so gut zusammen und, äh, gibt ihm eigentlich genau diesen richtigen Stempel, weil wenn du, weil du es diesem Thomas glaubst in seiner Rolle, er wollte da eben nur und am Ende ist das so krass eskaliert und, ähm, da du es diesem Film abnimmst, kannst du wirklich dann in diesem Film auch wirklich attestieren, dass der mit echt gutem Blick auf Spießbürgertum, mit gutem Blick auf ein bisschen Prolligkeit, mit gutem Blick auf das soziale, gesellschaftliche Gefüge, was hier so in Deutschland gerade oder auch in der Welt generell vorherrscht, ähm, ja, dass, dass, dass das gut angekommen ist und, äh, aufgenommen wurde und umgesetzt wurde, dass da nichts übertrieben wurde, aber auch nichts wahrlich ausgelassen wurde. Wenn du möchtest und du jetzt nicht noch, äh, Punkte hast, die wir jetzt noch einbauen sollten, würde ich jetzt gern auch zu unserem Fazit kommen. Gerne. Da würde ich mich auch gern mal vordrängeln, denn, ähm, es gibt einen Punkt noch, den ich unbedingt auch positiv noch in dem Film mal erwähnen möchte und zwar sind es die Monologe. In einem Film wie diesen, wo die Schauspieler sehr viel Zeit bekommen, ihre Charaktere zu präsentieren und dann Interaktionen zu treten, wir sehen ja immer relative Nahaufnahmen in diesem Kammerspiel, also da ist jetzt nicht großartig Theaterkunst, sondern mehr so Mimik gefragt, ähm, da, also der Film hat es schafft, da wahnsinnig gute Monologe zu bringen. Irgendwie hat gefühlt jeder einzelne Charakter, gerade in der zweiten Hälfte oder im letzten Drittel des Films, einen längeren Monolog und die sind im Regelfall alle wahnsinnig gut und, äh, einfach zum Beispiel auch mega lustig, ja, also was die, ähm, die, die, die Dings, die, äh, die, äh, die Ehefrau spielt, was, 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 die hat einen mega lustigen Dialog. Ich kann mich noch an, an mega gute Sachen von dem René erinnern und, ähm, eine Sache, die mir da so ein bisschen so hängen geblieben ist, ich weiß nicht mehr genau, wer von denen das war, das war so auf einer Meta-Ebene und auch damit ein Stück weit irgendwie auch Zeitgeist aktuell. Ähm, wir nehmen uns alle viel zu wichtig. Viel von diesem Streit, was da passiert, ist so ein Ding, wo sich Egos auf den Schlips getreten fühlen und aufgrund dessen irgendwie pekät reagieren und dann irgendwie so ein bisschen auch aufeinander losgehen. Und irgendjemand sagt hier, wir nehmen uns alle viel zu wichtig. Wenn wir alle mal durchatmen würden und versuchen miteinander zu reden, hätten wir viele dieser Probleme nicht. Und ich finde, das ist eine Kernaussage, fast schon mit einem philosophischen Wert, die man auch für den Alltag eigentlich auch mal ganz gut umsetzen kann. Wir nehmen uns alle viel zu wichtig. Unsere Egos betrachten wir als viel zu groß. Wir sehen uns selbst als viel zu sehr das Zentrum des Universums und das sind wir alle bei Weitem nicht. Also es hat mir wirklich gut gefallen. Da machte ich mir so, yo, damit kann ich konform genau mein Ding. Und so möchte ich insgesamt den Film einfach mal empfehlen. Er ist ein toller Film, den man, ähm, muss ich auch sagen, nicht im Kino sehen müsste. Also das ist, ähm, wenn man die Zeit nachgucken will, kann man das gern tun, aber er funktioniert durchaus auch im Heimkino. Er ist wirklich gut gespielt. Er hat ein tolles Drehbuch, das natürlich auch mit einer guten Vorlage einfach arbeiten kann. Und, ähm, wie gesagt, die Monologe finde ich großartig. Ähm, ich überlege gerade, wo man, es ist natürlich, man muss da ein bisschen Bock drauf haben. Also es sind schon noch immer dieselben, es ist halt einfach immer in diesem Haus, die ganze Zeit. Und, ähm, dass die, die Janina Use, also die eigentliche Mutter, dass die kommt auch erst relativ spät im Film, ähm, das sind so Sachen, ja, da muss man halt Bock drauf haben, sage ich mal. Aber so im Großen und Ganzen hat er viele Wendungen. Also ich persönlich habe die Twists nicht vorhergesehen, ähm, fand, das, fand, fühlte mich wirklich gut unterhalten und kann so insgesamt eine wirklich gute Bewertung geben, die ich sowas bei vier, viereinhalb Punkten, ähm, zu einem absoluten Meisterwerk, weiß ich nicht, dafür müsste wahrscheinlich noch irgendwo, weiß nicht, noch irgendwo einer draufgesetzt werden. Insofern, also grundsätzlich aber wirklich eine richtig, also eindeutige Empfehlung, ein richtig guter deutscher Film, den ich persönlich toll fand und hoffe, dass ihr ihn euch zeitnah, also am 18. kommt er ja in die Kinos, auch mal gebt. Und sei es eben irgendwann vielleicht auch im Heimkino. Wie ist denn so dein Fazit zum Film? Ich habe mein Fazit im Laufe dieser, dieser kurzen, äh, Episode auch, äh, dann, dann gerade schon gesagt. Also für mich ist das der deutsche Gott des Gemetzelsen. Das ist wirklich, äh, eine sehr positive Bewertung. Ich habe dieses Kammerspiel, äh, aus den USA, was, glaube ich, auch auf einem Theaterstück basiert, wirklich gelebt und ich fand diese Dynamiken zwischen diesen ganz toll. Und das funktioniert hier bei diesem Film, äh, auch hervorragend. Und von daher hatte ich auch großen Spaß dabei, eben genau diesen, äh, Personen zu folgen. Und eben auch, dass dann mit einem interessanten Thema, Name Adolf Hitler, dann auch noch in die, ähm, in die Jetzt-Zeit überführt. Der Zeitgeist gut aufgegriffen, sei es durch die, durch das Auftreten der Charaktere, sei es aber auch, ähm, die Flüchtlingskrise kommt ganz kurz zum Gespräch, ähm, und, 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 äh, AfD wird auch genannt. Also tatsächlich auch, äh, an aktuellen Themen ausgerichtet, sodass man wirklich dann sich gut abgeholt fühlt. Und, wie gesagt, dieses Organische, äh, sich von diesem Organischen einfach mitreißen lässt. Und es ist, äh, ein wirklich unterhaltsamer Film, aber zwischen den Zeilen auch ziemlich entlarvend, weil jede Rolle, äh, nehm, repräsentiert ja auch gewissermaßen so eine gewisse, so eine Art von Gesellschaft. Und wie diese Rollen, wie diese Personen agieren und versuchen irgendwo ihre Meinung durchzusetzen. Und wie da auch die, äh, die, die Parteiergreifung ist. Mal sind die Eheleute füreinander, mal sind sie gegeneinander. Ähm, das ist, äh, hervorragend sich das anzuschauen. Ich bin vollkommen bei dir. Es ist wirklich gut gespielt. Toll ausgewählte Schauspieler. Christoph Maria Herbst macht auch einen hervorragenden Job. Ich mag den Schauspieler sowieso. Justus von Donani auch ganz, ganz großartig. Und, äh, Florian David Fitz als Thomas, der den, ähm, der den Namen Adolf überhaupt erst ins Gespräch bringt, finde ich, spielt genau an der richtigen Grenze zwischen eben so ein bisschen, ähm, aufmupfend und zugleich dann ab bestimmten Zeitpunkt auch irgendwo sich selbst hinterfragend. Also, wirklich ein Film, ich stimme dir zu, den muss man nicht im Kino gucken, kann man sich durchaus angucken. Wichtig ist aber, dass man sich die Zeit und die Ruhe nimmt, diesem Film zu gucken und, äh, auch zu verfolgen, weil es mit Argumenten und auch dem Wechsel von Perspektiven und Parteien zeitweise so schnell hin und her geht, dass man, ähm, keine Gelegenheit hat oder sich nehmen sollte, nebenbei irgendwo dann doch noch ein eigenes Gespräch anzufangen, Glas Milch zu holen oder auf Toilette zu gehen, sofern man es zu Hause gucken möchte. Nein, man muss diesen Film intensiv gucken, aber dafür bekommt man auch einen hervorragenden Film wieder zurück. Ich bin auch sehr begeistert, äh, bin genauso wie bei du, äh, wie bei dir, äh, so bei 4,5 Stern. Mir fehlt auch so das allerletzte Quäntchen für die 5 von 5, aber, hey, 4,5, äh, für eine deutsche Komödie, das schafft definitiv nicht jeder Film hier aus Deutschland. Ja, nicht wirklich jeder, auch nicht jedes Klassentreffen. Genau. Sehr gut, ähm, ja, an euch da draußen, ihr seid herzlich eingeladen, uns ein bisschen Feedback zu hinterlassen, denn, das haben Phil und ich im Vorgespräch bereits festgestellt, das Feedback ist der Sollt und der Lohn des kleinen Podcasters und das sind wir letztlich. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns sagt, ob ihr Bock auf den Film habt, ob ihr ihn schon gesehen habt, wie ihr ihn fandet vielleicht und auch wie ihr unsere Besprechung fandet. Das Ganze könnt ihr tun auf, ähm, Facebook, Twitter und Instagram unter den jeweiligen Links zum Tele-Stammtisch. Genauso gut könnt ihr das auch tun bei dem YouTube-Upload, den ich von diesem Podcast hier machen werde, ähm, oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail, soll es auch geben, hat der ein oder andere auch schon getan. Und, ähm, ja, teilt das Ganze, liked das Ganze, ich würde mich sehr freuen, wenn wir hier noch ein paar mehr Leute erreichen und denen dann auch die Chance geben, unter Umständen durch unsere Besprechung auf den Film aufmerksam zu werden. Phil, ich danke dir vielmals für deine Zeit und deine Expertise und ich, ja, wie immer würde ich mich freuen, wenn wir das ganz bald wiederholen können. Bis dann, ciao. Tschüss.